Hallo Leute, wundert euch nicht, dass auf dem Kanal so wenig Videos kommen. Unser Rasenmäher ist leider kaputt gegangen und jetzt müssen wir da wöchentlich unseren Rasen per Hand trimmern. So die guten alten Zeiten. Und ja, das machen wir wöchentlich und das ist ziemlich zeitaufwendig. Also nicht wundert, dass auf dem Kanal so wenig Videos kommen, wie sie nun nur mal kommen. Ah, da habe ich was übersehen. Ah, so.